So, Servus, wir sind wieder da. Leider ist der Facebook-Livestream abgebrochen. Es tut uns sehr leid. Ich bin immer noch hier mit dem Chayanne. Der hat jetzt hier an fünf glückliche Gewinner Postkarten geschrieben. Ganz schöne Grüße hier vom Countryfest in Lansing. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit zum Thema Postverschicken hier heute. Und zwar sieht sie so aus. Chayanne, magst du was dazu sagen? Ja, also das ist hier der ultimative Daormister-Orm-Stempel. Der ist wirklich ganz speziell und haben wir heute da. Den haben wir jetzt hier auf die Karten drauf und wir hoffen, dass er euch gefällt. Aber wir haben ihn leider schon gestempelt. Vielleicht kannst du ihn noch mal hier so drauf stempeln. Weil du hast es auch so schön vorher gemacht. Es ist schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Und? Ah, ein Naturtalent. Und die schönste Karte hier. Die könnte man vielleicht auch nochmal zeigen. Ich mach's denn da oben, oder? Stempel. Ja, Stempel. Ja, Stempel. Viel hilft viel, sagen wir da. Ja, dann überlasse ich dir das letzte Wort. Ja, also wir hoffen, die Karten gefallen euch. Hier seht ihr die nochmal. So schauen die von hinten aus. Genau. Und hier haben wir noch ein paar Grüße drauf geschrieben. Die würden gewinnen wirklich herzlichen Glückwunsch und die anderen zukunftsleiten. Das ist leider nur so wenige sein konnten, aber wir können ja nicht an alle welche schicken. Aber wir hoffen, ihr freut euch und vielleicht bis zum nächsten Jahr, oder? Bis. Der Tisch ist so geil. So, Servus. Wir sind wieder da. Leider ist jetzt der Facebook-Livestream abgebrochen. Es tut uns sehr leid. Ich bin immer noch hier mit dem Chayanne. Der hat jetzt hier an fünf glückliche Gewinner Postkarten geschrieben. Ganz schöne Grüße hier vom Countryfest in Lansing. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit zum Thema Postverschicken hier heute. Und zwar sieht sie so aus. Chayanne, magst du was dazu sagen? Ja, so das ist...